Eine Hypothese ist eine in Form einer logischen Aussage formulierte Annahme, deren Gültigkeit man zwar für möglich hält, die aber bisher nicht bewiesen bzw. verifiziert ist. Die Hypothese muss anhand ihrer Folgerungen überprüfbar sein, wobei sie je nach Ergebnis entweder bewiesen bzw. verifiziert oder widerlegt werden würde. Bei der Formulierung einer Hypothese ist es üblich, die Bedingungen anzugeben, unter denen sie gültig sein soll. Dies geschieht bei eindeutigen logischen Beziehungen in folgender Form. Immer wenn dann, in positivistischen wissenschaftstheoretischen Strömungen ist die Hypothese die Vorstufe einer Theorie, zu der sie durch verifizierende Beobachtungen werden kann, vorausgesetzt es gelingt niemandem, sie eindeutig zu widerlegen. Der Ausdruck Theorie bezeichnet in der Wissenschaftssprache in teilweiseem Gegensatz zum allgemeinen Sprachgebrauch. Eine Gruppe aufeinanderbezogener logischer Aussagen, die zumindest teilweise durch Empirie bestätigt sind, eine Behauptung oder ein Leitsatz der durch wissenschaftliche Beweisführung bewiesen oder widerlegt werden soll, wird als These bezeichnet. Kritisch-rationale Ansätze vertreten demgegenüber die Auffassung, Theorie, Spekulation und Hypothese seien gleichwertig, da theoretische Aussagen grundsätzlich nicht verifiziert sondern höchstens falsifiziert werden könnten. Empirische Wissenschaften In den empirischen Wissenschaften haben Hypothesen den Status einer Annahme, die üblicherweise nach dem deduktiv-nomologischen Modell zu überprüfen ist. Dabei werden beobachtete Daten auf die Hypothese angewendet und untersucht, ob die Hypothese und die beobachteten Ereignisse übereinstimmen. Besteht Übereinstimmung ist damit die Hypothese bestätigt. Unterstützt wird die Prüfung einer Hypothese häufig durch eigene empirische Untersuchungen. Da empirische Untersuchungen nur durch eine endliche Anzahl von Beobachtungen umfassen können, werden solche Aussagen nicht als endgültig bewiesen, sondern nur als bewährt betrachtet. Werden Hypothesen als vorläufige Annahmen formuliert, um die möglichen Grundannahmen einer noch aufzustellenden Theorie zu überprüfen, spricht man von Arbeitshypothese. Am Ende der wissenschaftlichen Arbeit bzw. zu Beginn im Management Summary findet sich daneben der Zusammenfassung der Arbeit die D.E.R. Die Antwort auf die Frage, ob die Hypothese positiv überprüft werden konnte oder nicht, können mehrere Hypothesen ein Ereignis erklären. Kann durch den Schluss auf die beste Erklärung eine Hypothese vor einer rivalisierenden Hypothese ausgezeichnet werden. Bei Wahrscheinlichkeitsaussagen empirischer Wissenschaften lauten Hypothesen Z.M. Beispiel auf metrischem Skalenniveau. Je mehr, desto mehr, weniger Logik. In einem logischen Gespräch ist eine Hypothese die Prämisse eines Arguments, deren Wahrheit zunächst ausgeklammert wird. Dabei wirken Hypothesen als Implikationen, die der Verteidigung einer These dienen. Formal. A1. Punkt. An erster die These unter Annahme der Hypothesen gültig müssen die einzelnen Hypothesen überprüft werden. Mathematik. In der Mathematik bezeichnet der Begriff Hypothese ursprünglich die unbewiesenen Grundlagen oder allgemeinen Prinzipien, aus denen die mathematischen Sätze abgeleitet werden. Da diese Prinzipien als Axiome verwendet werden, gilt für sie nicht das Kriterium der Wahrheit. Sie sind gesetzt. Die mit ihnen verbundenen Schlussfolgerungen sind deduktiv. Statistische Hypothesen. Bei der statistischen Hypothese wird das Gegensatzpaar Nullhypothese und Alternativhypothese verwendet. Hat eine Hypothese eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsaussage zum Inhalt, wird sie durch statistische Tests überprüft an. Siehe auch, Statistik Fehler 1, Art und Fehler 2, werden probabilistische Hypothesen auf nominalem Skalenniveau formuliert, ergibt sich als Hypothesenform. Wenn, dann ist es wahrscheinlicher, dass historische Aspekte. Platon behandelte das Thema der Hypothese mehrfach, so auch in seinem Dialog Phaidon. Ich lege meiner Untersuchung immer eine Behauptung zugrunde, die ich für besonders stark halte und das, von dem ich dann den Eindruck habe, dass es damit in Einklang steht, nenne ich wahr. Was dagegen damit nicht in Einklang zu stehen scheint, nenne ich unwahr. Abduktion bei Charles S. Charles S. Piers bezeichnete den Schluss von einem Ereignis unter Annahme einer Regel auf einen Fall als eine Hypothese, die eine eigene Schlussweise neben Induktion und Deduktion darstellt. Sehe ich zum Beispiel Rauch und gehe von der Regel aus, wo Rauch ist, ist auch Feuer, so komme ich zu dem Schluss, dort ist Feuer. Die Schlussweise der Hypothese ist logisch nicht eindeutig. Siehe auch, der deutsche Philosoph Immanuel Kant unterscheidet in seiner Kritik der Urteilskraft vier Vorgehensweisen für theoretische Beweise, logisch strenge Schlussfolgerungen, Verwendung von Analogien, die wahrscheinliche Meinung, Hypothese als möglichen Erklärungsgrund. So ist nach seiner Ansicht die Hypothese zwar zunächst nur eine von vier Möglichkeiten, um einen Beweis zu finden. Doch stellt er an eine Hypothese die Mindestforderung, davon muss wenigstens die Möglichkeit völlig gewiss sein. Der Philosoph und Wissenschaftler Henry Poincare unterschied drei Arten von Hypothesen. Natürliche Hypothesen Dies sind Hypothesen ganz allgemeiner Art, die sich als Hintergrundwissen widerspiegeln. Beispiele sind die Existenz der Außenwelt und die prinzipielle Erkennbarkeit der Dinge. Natürliche Hypothesen können nur schwer aufgegeben werden, da sie für den Wissenschaftsbetrieb konstitutiv sind. Indifferente Hypothesen Diese Hypothesen funktionieren als Konventionen, da man für eine Theorie auch die gegenteilige Hypothese annehmen könnte und dies die Theorie lediglich verkomplizieren, nicht aber widerlegen würde. Verallgemeinernde Hypothesen Durch Erfahrung bestätigbar oder widerlegbar ist nur diese Art Hypothesen. Sie werden durch Induktionsschlüsse gewonnen. Anschauliche Zitate Hypothesen noch vibrieren von eigener Infragestellung kommen selten bereits zum praktischen Beweis zudem der technischen, sozialen Veränderung als Gelengender. Sie bleiben im bloßen Versuch des bloßen Erklärungsmissling dieser, bleiben sie zwar durchaus innerhalb der Erkenntnis, sie stehen auch dann nicht mehr in Limine außerhalb ihrer, wie die Abstraktion, aber sie wandern in die Versuchsgeschichte der Erkenntnis. Der erkannten Irrtümer Ernst Bloch Über Fiktion und Hypothese Gesamthausgabe Gesamthausgabe BD XS 21 zu 26 25 siehe auch Hypothesenraum Dialektik Belege Poinke Henry Wissenschaft und Hypothese Auflage Xenomeuverlag 152 zu 154 Kritik der Urteilskraft Seite 466 FF in Das Bonner Kant Korpus Dokumentation Elektronische Edition In Limine Er bedeutet so etwas wie an der Schwelle. Endentre 11 Schmerz Konnoll Specht hormones Specht 손 Besielt Bak